Hallo YouTube, es gibt ein kleines Unboxing Video. Ich habe beim Stefan Hesemeyer beim Giveaway gewonnen und ja jetzt schauen wir doch mal was ich bekommen habe. Das kam schon am Samstag an das Paket, aber ich kam einfach zu nichts und deswegen hat es halt bis heute gedauert, aber das tut dem Ganzen ja keinen Abbruch. So, gucken wir mal was wir haben, ein Streichholzbrief, Inhaltswanz Schölzer, schön eingeschweißt, klasse. Oh, eine ganze Menge Paracord, super Weltklasse, mein schwarzer ging nämlich gerade aus, kann ich richtig gut gebrauchen Stefan, vielen Dank, ein Lederbeutel und Trioxane, ok, ja Trioxane und Verpackung, gut, wollen wir mal uns noch dem Lederbeutel widmen, klasse. Ein Feuerstahl und Zunder, selbst gesammelter, nehme ich mal stark an und ein cooler Lederbeutel. Gut, den probieren wir jetzt nicht aus, ich habe hier keine Lust was abzufackeln. Stefan, vielen Dank, kann ich richtig gut gebrauchen, von hier aus nochmal Dankeschön und sorry, dass es so lange gedauert hat, aber vielen Dank, ich wünsche dir noch eine gute Woche, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.